Ich habe mich für den Umweltpreis der Stadt Linz beworben, weil ich darauf hinweisen wollte, dass man mit dem Einkauf der Kleidung sehr wohl umweltbewusst handeln kann. Als ich vor 34 Jahren zusammen mit meiner Mutter unser Geschäft aufgemacht habe, war es in einer Zeit, wo Polyamid, Kunstfaser der Hype waren. Da haben wir mit Seide angefangen, Kleidung aus Seide anzubieten und im Laufe der Zeit Wolle, Bio-Baumwolle, Leinen, Hanf als Bekleidung dazugenommen. Mittlerweile bieten wir in unserem Geschäft ein großes Sortiment an Kleidung, die sowohl für den Alltag als auch für besondere Anlässe bestens geeignet ist. Die Vorteile der ökologischen Kleidung sind, die Naturfasern werden angebaut ohne, dass Pestizide verwendet werden, ohne Gentechnik. Die Arbeiter werden fair bezahlt. Bei der Produktion der Kleidungsstücke werden gute Farben verwendet. Es wird viel weniger Wasser gebraucht. Die Kleidung ist langlebig, ist kompostierbar. Seide, Leinen, Baumwolle, sie zerfallen. Weniger ist mehr, dafür was gescheit ist. Das heißt, fühl das Glück auf deiner Haut. Juhu! 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 Juhu!